Öffentlich gibt sich Tennislegende Boris Becker gern als fürsorglicher Vater. Doch längst nicht zu all seinen Kindern soll das Verhältnis liebevoll und innig sein. In den vergangenen Wochen äußert sich nicht nur Lilli Becker mit harscher Kritik in der Presse und behauptet, ihr Ex würde keinen Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Amadeus bezahlen. Auch Angela Ermakowa, mit der Boris die gemeinsame Tochter Anna hat, stichelt jüngst öffentlich gegen den ehemaligen Sportprofi. Trotz der vielen Auseinandersetzungen lässt es sich Boris Becker aktuell nicht nehmen, Fotos mit seinen Kindern und Angela im Netz zu veröffentlichen. Zum Deutschen Vatertag präsentiert der Ex-Tennis-Profi Bilder von sich und seinen Kindern. Ebenfalls Teil des Liebespostings Tochter Anna, die gleich auf mehreren Schnappschüssen an der Seite ihres Vaters und ihren Geschwistern auftaucht. Besondere Überraschung, Boris postet sogar ein Foto mit Anna und Angela Ermakowa. Das gab's noch nie.